Da bist du zur Bäckerei. Hallo? Zur Bäckerei wollte ich. Ja, da sind sie. Meine Mama hat nächste Woche Geburtstag. Okay. Und da wollte ich fragen, ob man bei euch einen Kuchen bestellen kann. Einen Kuchen? Ja. Wir haben nur Blechkuchen. Also ich suche einen Mutterkuchen. Einen Mutterkuchen? Ja. Weil das ist ja meine Mama, weißt du? Ja, Moment, da muss ich Ihnen mal die Kollegin geben. Moment. Hallo, ich rufe an, weil meine Mama nächste Woche Geburtstag hat. Aha, und? Ja, und da habe ich mir gedacht, so einen schönen Mutterkuchen. Macht ihr sowas? Nee, machen wir nicht. Aber die Tanda hat gesagt, gerade ihr macht Kuchen. Wir machen Kuchen, aber nicht so einen. Ich brauche einen Mutterkuchen mit Sahne. Nee, machen wir echt nicht. Das ist schade, weil ich habe ja mit dem Opa schon mal gesprochen über Mutterkuchen. Ja. Weißt du, was der gesagt hat? Nee. Ein Mutterkuchen ist ein Kuchen, den kriegen dann komplett die Kinder. Ah. Nein. Und weil ich selber so gerne Kuchen kenne, habe ich mir gedacht, da kaufe ich der Mama einen Mutterkuchen, weil den kann ich dann selber essen. Warum freut ihr euch da so? Da mussten wir auch woanders anrufen. Seinen Kuchen haben wir leider nicht. Habt ihr nicht? Nein. Na, wie wäre es denn, wenn ihr den dann im Programm aufnehmt? Weil ich habe euch ein Programm vom Radio ja auch aufgenommen. Hahaha. Jürgen, voll. Jürgen, voll. Vielen Dank.